Hach, muss Liebe schön sein. Bei Aufnahmen von Frederik und Annika Lau geht einem stets das Herz auf. Deswegen möchten wir euch natürlich auch das neueste Foto des Promi-Paares nicht verwehren. Normalerweise ist es eher Annika, die knuffige Pärchenfotos mit ihrem Frederik teilt. Doch am heutigen Tag ist alles anders und das hat einen ganz besonderen Grund. Der 12. März 2022 ist der 43. Geburtstag der Moderatorin und wird von ihrem Liebsten mit ein paar ganz besonderen Zeilen gefeiert. Meine Traumfrau hat heute Geburtstag. Annika würde jetzt einen tollen Text schreiben und euch berichten, wie anstrengend und schön es mit mir ist. Aber da ich weder lesen noch schreiben kann, kann ich einfach nur dankbar sein, dass sie mit einem Typen wie mir verheiratet ist. Was würde ich nur ohne dich machen? Danke, dass du immer an meiner Seite bist und es ist so wichtig, dass es dich gibt. Ich liebe dir. So viel Romantik und Humor in einem Post hätten wir Frederik gar nicht zugetraut. Dat gefällt uns. Ansgar für den Winther Und dann nochmal ein paar Minuten. Tschüss! Und dann lauke buddies.